Seit Sonntag, dem 10.04.2022, haben die Osnabrücker Dampflopfreunde eine neue Attraktion. Und zwar die 5 Zoll Anlage auf dem Piesberg Osnabrück. An diesem Tag wurde durch die Oberbürgermeisterin Frau Pötter die Piesberger Kleinbahn eingeweiht und das Startsignal für den 1. Zug gegeben. Nachdem der 1. Zug und auch der Zug mit der Oberbürgermeisterin Frau Pötter erfolgreich ihre Runden gedreht haben, konnte die doch gut besuchte Veranstaltung von allen Fahrgästen reichlich genutzt werden. Natürlich, wie es gewohnt ist bei den Dampflopfreunden in Osnabrück, wurde auch für das leibliche Wohl gut gesorgt. Aufgrund des großen Erfolges wird die nächste Veranstaltung bereits am Ostermontag wieder stattfinden. Viel Spaß bei den 5 Zoll Eisenbahnen, wünschen Ihre Osnabrücker Dampflopfreunde. Dampflopfreunde